Henri Rousseau war ein französischer Maler des 19. Jahrhunderts. Er begann erst im Alter von 40 Jahren mit dem Malen. In Zeiten des Postimpressionismus entwickelte er seinen eigenen Stil, der von naiver Kunst und von exotischen Themen beeinflusst war. Er wurde 1844 in Laval, Frankreich geboren. Auch war er zweimal verheiratet. Mit seiner ersten Frau, Clémence Boitard, hatte er neun Kinder. Von diesen überlebte nur Tochter Julia. Seine Frau unterstützte ihn finanziell und ermutigte ihn, mit dem Malen fortzufahren, obwohl seine Karriere als Zollbeamter nicht sehr erfolgreich war. Er verstarb 1910 in Paris an einer Blutvergiftung, womöglich durch einen Insektenstich. Seine Gemälde zeigen oft exotische und fantasievolle Szenen, wie beispielsweise Dschungellandschaften, Tierwelten und exotische Tänze. Er malte hauptsächlich Landschaften, Porträts und Stillleben. Viele seiner Gemälde enthielten exotische Elemente, die er aus seiner Fantasie oder aus Illustrierten und Büchern bezog. Sein Malstil war unverwechselbar und einzigartig. Seine Bilder zeichnen sich durch ihre flächige Darstellung und die leuchtenden Farben aus, die er in großen Flächen auftrug. Seine Kunst wird oft als naiv oder primitiv bezeichnet, da er keine Techniken der traditionellen Kunst aufgrund der fehlenden Ausbildung zum Künstler verwendete, und so verstieß er oft gegen die Konventionen der Malerei seiner Zeit. Zu seinen bekanntesten Werken gehört der Traum, das zu einem Meisterwerk der modernen Kunst zählt. Auch das Gemälde »Ich selbst« zeigt eine interessante Porträtlandschaft, und das Gemälde »Die schlafende Zigeunerin« ist bekannt für seine leuchtenden Farben und die ungewöhnliche Perspektive. Es wird geschätzt, dass er zwischen 300 und 400 Gemälde und Zeichnungen produzierte. Seine Art zu malen beeinflusste später die Surrealisten und V-Wisten. Leider wurden jedoch in späteren Jahren viele seiner Werke vernichtet oder gingen verloren. Vielen Dank für's Zuschauen.